Puh, endlich zu Hause. Jetzt geh schon zu. Puh. Ich schau mir mal die Urlaubsfotos an. Hehe. Hallo Barbie, ich hab gehört, du bist wieder vom Urlaub zurück. Hi Theresa, ja, bin heute wieder zurückgekommen. Hast du Lust einkaufen zu gehen? Gute Idee. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Ich könnte mir was Warmes zum Anziehen kaufen. Dann mach dich fertig. Ich warte im Auto auf dich. Hallo. Guten Tag, kommen Sie rein. Mal schauen. Oh, das gefällt mir. Theresa, kannst du mir bitte einen Rollkragenpulli bringen? Haben Sie einen Rollkragenpulli? Natürlich. Hier bitte. Der ist aus reiner Wolle und hält schön warm. Hier, Barbie. Was denkst du? Sehr schick. Steht dir gut. Dieser Poncho würde auch gut dazu passen. Probieren Sie ihn mal an. Oh, schön warm. Jetzt brauche ich noch Stiefel. Die passen zum Outfit. Sie sehen toll aus. Danke schön. Möchten Sie auch etwas anprobieren? Möchten Sie auch etwas anprobieren? Wie wär's mit diesem Pullover und der Jacke? Theresa, das sieht wirklich super aus. Danke, Barbie. Möchten Sie auch Stiefel anprobieren? Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Der rote Schal würde gut dazu passen. Was denken Sie? Gefällt mir. Ich nehme alles. Oh, Theresa, wir sollten uns noch Taschen kaufen. Hm, ich nehme die rote. Und ich die graue. Das macht 200 Moneten. Wir bezahlen mit Karte. Danke für Ihren Einkauf. Einen schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Danke. 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 Danke.